Ich wüsste es doch. Sollte ich mich jetzt vorstellen? Jetzt bin ich vollkommen raus. Nachher brauche ich ja eine Zigarre. Gehen wir doch noch mal. Meine erste Reaktion war Schneeballsystem verboten. Pyramide, möchtest du mich in den Knast bringen? Es gibt so viele Mythen über das Schneeballding. Aber das Schneeballding funktioniert. In 2011 hat diese Industrie weltweit 156 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Aber ich dachte, ich mach das. Ja, bei mir ist das ja wieder ganz was anderes. Bei mir macht das meine Frau. Die sagt, hör mal, ich hab da was Schönes, ich hab da was Gutes. Magst du mit? Es wird immer darüber gesprochen im Network Marketing. Wie toll ist der Ferrari läuft. Wie toll, dass man nicht einen Bentley fährt. Alles so Zeug. Es geht darum, dass man vielleicht 1.000, 1.500 oder 2.000 Euro dazu verdient. Und das kann Leben verändern. Ich gucke jetzt nicht auf meinen Kalender. Wann kann ich Urlaub nehmen? Wann sind denn Feiertage? Damit ich ja die Brückentage nehmen kann. Ja, damit ich dann weiß, okay, jetzt kann ich ein paar Tage mehr Urlaub rausschinden. Ich möchte gerne wieder snowboarden gehen. Also gucke ich, wann fällt der nächste Schnee. Und dann gehe ich einfach. Die Zeit nehmen für die Kinder und die Familie, wenn ich möchte. Und halt ja, ob das Gokard fahren ist mit den Kindern oder Skifahren. Einfach das, was die Kinder und die Frau glücklich machen. Ich konnte mir einen zweiten Hund anschaffen, weil ich einfach die Zeit habe, weil der um mich herum ist. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, da bin ich dabei. Das ist wie gemacht für mich. Schau, ich als Polizist musste arbeiten zu Zeiten an andere schlafen. Darauf hatte ich einfach keinen Bock mehr. Okay, ich wollte nachts was anderes machen als Räuber und Gendarm spielen. Raus aus diesem Hamsterrad einfach. Man muss schon ein bisschen durchgeknallt sein. Also ein bisschen so out of the box oder von der Matrix raus, sage ich jetzt mal. Für mich bedeutet es einfach Freiheit. Ich habe keine Zeit, um zu arbeiten. Ich muss Geld verdienen. Du brauchst jemanden, der dir zeigt, wie es geht. Es ist eigentlich gar keine Arbeit. Es ist ein nettes Gespräch, ein nettes Miteinander. Ja, und daraus entwickelt sich deine Zusammenarbeit. Und das ist einfach das Tolle dabei. Du musst einfach Lust drauf haben, andere Menschen kennenzulernen, die so auf deiner Wellenlänge sind. Aber macht ja eh jeder. Also gut, wir haben den Vorteil, wir sind Frauen. Und Frauen, die werden ja schon mit dem Sprechgehen geboren. Von daher für uns kein Problem. Ich finde das genial. Ich habe mir das immer gewünscht. Ich kann es nur weiter empfehlen. Ich habe andere Sichtweisen auch bekommen. Also wirklich so offener zu sein, neugierig zu sein, sich bestimmte Dinge auch einfach erstmal anhören, anschauen, bevor ich jetzt urteile und vor allem jetzt nicht so auf die Urteile anderer hören. Wir suchen starke Menschen. Starke, freie und unabhängige Menschen. Menschen, die ein eigenes Gehirn haben, die selbstständig denken können. Ganz wichtig. Braus Eiern würde es denken. Ja, richtig. Also jeder, der ein bisschen anders denkt, der noch wirklich Wünsche aus dem Herzen hat, herzlich willkommen. Menschlichkeit, Freiheit und Geld verdienen. Weil man macht das ja erstmal nebenberuflich, um dann vielleicht irgendwann zu sagen, ich kündige. Es geht um sehr viel mehr. Es geht um die Menschen. Es geht nicht nur um Geld. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe durch das Schneewald Ding meine Freundin kennengelernt. Wir sind zusammengekommen. Das ist für mich eigentlich die geilste Story, die es gibt. Und das macht es aus. Es könnte die Chance deines Lebens sein, mit diesem verrückten Schneewald Ding dein Leben so zu verändern, wie du es gerne hättest. Ich sage immer so, wer will, der will. Wer nicht will, hat es jetzt bleiben lassen. Und dann passt es schon. Muss ich auch was sagen.